Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 19. Juli. Gut nach dem Abverkauf vom Vortag starten wir zunächst mit dem 4-Stunden-Chart im S&P 500. Wir sind jedoch noch unter die Ichimoku-Wolke nach unten durchgerutscht nach dem gestrigen Abverkauf und konnten hier den Unterstützungsbereich bei 5.590 Punkten sowie die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke nicht verteidigen. Zunächst sah es hier noch nach einer Bodenbildung aus, nach dem bereits erfolgten Kursrutsch seit dem Verlaufsbuch hier bei 5.668 Punkten. Wir hatten auch hier im 4-Stunden-Chart zunächst noch eine bullische Tageskerze, eine bullische 4-Stunden-Kerze gebildet, konnten diese dann aber nicht weiter bestätigen und sind dann nach zunächst freundlicher Eröffnung der US-Märkte am Vortag doch nach unten durchgerutscht und haben dann mehrere Short-Signale generiert. Zunächst eben ein Short-Signal mit einem Durchbruch hier unter den Unterstützungsbereich bei 5.590 Punkten, dann ein weiteres Short-Signal mit dem Durchrutsch unter den 50er EMA der dunkelblauen Linie, sowie ein weiteres Short-Signal dann mit dem Kursrutsch unter die Ichimoku-Wolke. Außerdem stehen wir vor einem weiteren Schwächesignal mit dem möglichen Durchbruch hier, der höchstwahrscheinlich erfolgen wird, des 10er EMAs unter den 50er EMA, der steht knapp bevor, was dann weiteren Gegenwind für den S&P 500 bedeuten würde. Aktuell sieht es so aus, dass wir hier höchstwahrscheinlich eine Gegenbewegung durchführen werden, nach der bullischen 4-Stunden-Kerze hier mit dem langen unteren Schatten und dem kleinen Kerzenkörper. Dann kommt es darauf an, wie weit diese Gegenbewegung dann tragen wird. Und möglicherweise können wir auch eine bullische Umkehrformation, eventuell eine 1-2-3-Formation bilden. Das bedeutet, dass wir kurzfristig ansteigen werden, es dann in der Folge zu einem Rücklauf kommt, der dann aber nicht mehr hier das Verlaubstief bei 5.523 Punkten unterschreiten wird und es dann danach zu einem weiteren Hochlauf kommt und dann auch hier die ehemalige Unterstützung bei 5.590 Punkten angelaufen wird, die dann zum Widerstand gedreht ist. Deutlich aufhellen würde sich die Lage, aber erst dann wieder, sobald wir hier über die Ichimoku-Würge notieren, solange dies nicht der Fall ist, ist dann trotz möglicher Gegenbewegung hier zunächst mit erneut fallenden Kursen zu rechnen. Wir machen dann weiter mit der Seite von sentimentrader.com und schauen uns hier wieder den STEM-Indikator an, der sich hier bereits seit dem Vortag im überverkauften Bereich befindet. Wir sind seitdem aber hier nicht wie üblicherweise wieder über die grüne gestrickelte Linie angestiegen, sondern befinden uns hier weiterhin in diesem überverkauften Bereich. Sollten wir hier wieder über diese grüne gestrickelte Linie ansteigen, wäre dies ein Long-Signal und dann eben mit einer Gegenbewegung im S&P 500 zu rechnen. Zum Achten ist außerdem, dass wir hier bereits sehr tief notieren. Das Gleiche gilt auch für den Nesdek 100. Da ist der STEM-Indikator ebenfalls auf sehr tiefem Niveau, aktuell bei 9,11 Punkten. Das sind üblicherweise die Bereiche, wo sich dann Long-Positionen anbieten würden. Aber natürlich könnte der STEM-Indikator dann auch für einen längeren Zeitraum unter der grün gestrickelten Überverkaufslinie notieren. Wir schauen uns dann auf sentimentrader.com noch einen weiteren Indikator an, nämlich den Optics-Indikator für den S&P 500. Da sehen wir ebenfalls, dass dieser sich hier dem grün gestrickelten Überverkaufsbereich nähert, diesen aber noch nicht erreicht hat. Dieser Indikator gilt hier für einen längeren Zeitraum. Hier könnte man vielleicht noch abwarten, bis diese grün gestrickelte Linie dann nach unten durchbrochen wird. Das letzte Mal war dies der Fall hier im Monat April, wo wir dann hier den Bereich von ungefähr 10 Punkten angelaufen haben, hier einen Doppelboden gebildet haben und dann wieder nach oben abgeprallt sind. Ich werde diesen Indikator dann weiter beobachten und dann in den kommenden Handelstagen dann weiterhin vorstellen. Gut, und dann machen wir direkt weiter mit den Markierungslinien im Tagesschart für den DAX. Da befindet sich der Long-Bereich heute zwischen 18.250 und 18.300 Punkten, also hier direkt an der Unterstützung des langfristig steigenden Trendkanals. Aber Achtung, natürlich können wir hier auch nach unten durchrutschen, nach der bereits erfolgten starken Abwärtsdynamik vom Vortag. Insofern sollten dann Long-Positionen auch eng abgesichert werden und sind als sehr spekulativ anzusehen aktuell. Aber trotzdem könnten wir auch hier, wie bereits in den Vorwochen, erneut zum hundertsten Mal gefühlt an der unteren Trendkanalbegrenzung nach oben abprallen und dann einen erneuten Hochlauf starten, der dann dem bisherigen Kursverlauf folgend dann ein weiteres höheres Verlaufshof markiert, über dem Verlaufshof bei 18.787 Punkten. Gut, und damit wären wir dann auch wieder durch für heute mit dem Ian G. Markets Morning Call. Ich melde mich dann wieder am Montag mit dem Ian G. Markets Morning Call und dem Ian G. Markets Chartflash, wünsche Ihnen noch viel Erfolg im heutigen Trading und ein wohlverdientes, erholsames Wochenende. Vielen Dank.